So, Willkommen zurück zu Kabal Online Europe. Ich bin Ainiyuko von Kabal und Devil Archer von YouTube. Heute zeige ich euch den Dungeon in Newton Forest Sienna B1F. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, als der ohne, dass ich geredet habe. Aber jetzt hier, Expansion 3, also Episode 9, Part 3, werde ich quasi zum Wiederholungstäter. Im neuen Special Inventory gibt es die Critical Strike und die Attack Potion. Die aktiviere ich jetzt einfach mal, fälschlicherweise, direkt. Ist egal, wirklich nötig habe ich es nicht im Dungeon. Ich werde nicht zu viel reden, aber zwischendurch erklären. Ansonsten ist es hier natürlich natürlich, sich bei der Tante hier durchzuklicken. Und als Vorsteller gehe ich dann direkt A und D und Watt Bane. Auf den Defense Raid Debuff haue ich gerne auf, damit ich öfters hitte. Oh, und bei dem Vieh muss man ein bisschen aufpassen, dass es manchmal Stunt ist, manchmal nicht. Ist ganz komisch. Ich finde ich wirklich einen Speedrunner in diesem Dungeon. Werden wir ihn auch noch merken. Aber ich komme schon relativ zügig durch, denke ich. Wenn wir schön mit BM3 arbeiten. Ich aktiviere auch immer schön den Reflection zum bestimmten Zeitpunkt. Mein Damage, den ich bekomme, wird natürlich erhöht. Ähm, aber... ...passt schon. Die Drops haben sich ein bisschen verändert in den Dungeons. In Episode 3... Äh, Episode 9, Part 3. So. Aber... ...die meisten sind geliebt. Ähm, man spricht wieder... ...die nette Dame an. Das... ...Tänster rutscht immer runter. Keine Ahnung warum. Und geht hier zurück zum... ...grünen... ...zure grünen Kiste. Dann hier nochmal die Kiste. Und dann darf man nochmal die... ...seine Exe hier ansprechen und kriegt den zweiten Token. So, und dann geht's auch direkt weiter zum nächsten Boss. Arinell nicht vergessen. Wer Arinell besitzt. So, der Boss... ...kann einen umwerfen. Dabei aktiviere ich am Anfang immer... ...meine resist intention. Faktiv 50% Chance auf nicht umgeworfen zu werden. So, und ich caste immer... Äh... AAB, AAB... ...bis ich am Ende... ...4 stehen hab beim B-Casten. Achso, ich mach viermal AAB. Und dann hab ich dreimal aufgeladen. Quasi. Das heißt quasi, ich hab dreimal aufgeladen. Ich würde auch raten, dann die drei durchzukrasen. Schau mal... ...weil das macht einfach... ...dem meisten Damage. Vielleicht soll ich nicht aufgepasst, wo dahin flüchtet. So. Wieder debuffen. So. Wieder debuffen. So. Relativ schnell down. So. Dann immer schön die... ...Waffe... ...also... ...den BM beenden. Und schnell weiter kann. So. Dann ist er bis zum nächsten Boss doch fast fertig. Ähm... So. Wieder diese Tante ansprechen... ...und man kriegt den dritten Token... ...ins ganz Blitz 4 nach dem Boss noch ein. Und dann... ...ja... ...wär auch schon fast durch. So. Einfach geht's nicht. Aber... So. Man kann natürlich auch hier erst Raid aktivieren. Dass man öfter kritet. Und ein bisschen die Defense runterschrauben. Und dann erst die drei Synergies durchkasten. Das ist auch ne Möglichkeit. Oder manchmal kann man auch mit A, B, A, A... Also mit dem... ...Am... ...Anfang. Dann hat er minus 10% Defense. Und man macht auch schon mehr Damage. Für die Zeit bis man die drei Synergies gecastet hat. Also alles sehr praktisch. Ich muss aufpassen bei den Legs, dass ich nicht sterbe. Also... Die Legs entstehen natürlich jetzt. Ähm... Klar, es sind zur Zeit Legs auf dem Server. Aber die jetzt sind vorm Aufnehmen. Weil ich ja, ähm... ...1280 zu 730 aufnehme. Also, äh... 16 zu 9. HD. Ready. Dabei anspricht das ein bisschen Leistung für mein PC. Das Spiel an sich... ...zieht schon in der Menge Leistung. Trotz sind jetzt gerade als Vorfällereffekt beschleiden. Ähm... Trotzdem... Würde ich ganz schön empfehlen. Das ist sehr leicht. Geht relativ schnell. Spricht das Ei an. Dann hier hinten die Wand. Und man kann auch gute Dinge trocknen. Geht dann hier runter die Treppe. Um den Stock zum Brennen zu bringen. Mit dem Brennen-Stock... ...kann man dann wieder zurück zum Ei. Und... Ähm... Ja. Kriegt das vierte Game. So, und jetzt ist es wichtig sich direkt davor zu stellen. Weil sonst ist die Quest immer jeweils verpackt. Die Reihenfolge von den Kisten, die man anspricht, ist relativ egal. Ich mach's so, wie ich grad lustig hab. Äh... Lust hab. Immer. So. Es kommt der... Nächste Trick. Filmvorsteller. Ja, einmal den neuen Transzender. Oder hack Schaufeln. Oder Bagger Schaufeln. Ihr könnt damit ein ganzes... Held mit und flugen. Flugen? Heißt das so? Nein. Geil. Auf jeden Fall müsste ich grad... Also geh ich direkt in WM wieder. Aktiviere The Raid. Kaste einmal durch. So, gleich geschafft. Und aktiviere Motivane mit Reflex-Shield. Der Penner hat mich zum Längen gebracht. Also aktiviere ich kurz den Energie-Custom neu. So. Jetzt ist es wichtig, den Hinterlaren im Visier zu nehmen. Und mit Frost Kick ran und AOD. Die... Bin sogar relativ gut von der Zeit, wie ich finde. Noch. Was? Natürlich jetzt auch mit der... Defense Rate Down machen. Oh, hat der Patschung. Nee. Und... Gleich mach ich etwas. Werde ich etwas machen, was... Äh... Selten jemand macht. Weil... Äh... Einige machen dann... Risikovariante und machen das erst ganz zum Schluss vom Dungeon. Ich mach die sichere Variante. Äh... Miraculous Helm. Toll. Und... Komm auch die Kiste. Weil man halt am Ende nicht... Hat... Man hat zwar am Ende genug Zeit. Und wir brauchen den Unburader zu weg. Um nach hinten zu laufen. Aber man kann ja... Auf Rückblicken ein Disconnect bekommen. Da man nicht mehr da startet, wo man... Disconnected worden ist. Sondern jetzt wieder von... Anfang an laufen muss, wenn man Disconnected hat im Dungeon. Ist das schlauer, das direkt zu erledigen. Naja, kostet vielleicht eine Minute länger. Also bringt jetzt nicht so viel... Dass man das... Also es bringt nicht so viel. Es spart eine Minute, wenn man es eher macht. Bracelet auf Halter plus 5. Ist jetzt nichts Besonderes. Aber es wäre ein guter Top gewesen. Aber bestimmt besser als, äh... Am Pre-Toys Bracelet. Was hier... Wahrscheinlich getroffen wäre. Klar, das Pre-Toys Bracelet hätte besser sein können. Aber nicht unbedingt gemusst. Hätte ja auch 1-1-1 sein können. Also ein Amp. Ein Amp und nochmal ein Amp. Und schon wäre es schlechter als... Ein Fünfer Fighter. So... Da wären wir... Äh, ich springe dabei... Gerne auf mein Bike. Weil es angenehmer nach hinten zu fahren, als zu laufen. Und... Ich sparte auch nochmal... So... ...20 Sekunden ein oder so. Wenn Leute nicht weit hängen. Blablub. Und... Jetzt nochmal ein bisschen hin und her fahren. Bezüglich der vorletzten Quest. Die letzte Quest ist... Anzunehmen den Endbox zu töten. Und die vorletzte Quest ist sehr viel laufen. Deswegen machen es einige... Wirklich erst zum Schluss mit der Zusatzkiste. Weil man sonst zu viel fahren oder laufen muss. Aber wie gesagt... Risiko... Muss nicht sein. Braucht man nicht. Passt schon. Also... Gehts dann weiter. Wir sind da wo wir zuletzt waren. Jetzt im nächsten Raum. Wir sprechen den Altar an. Und muss... Muss nochmal zurück fahren. Da wo wir den Umbra Zwick gekillt haben. Dürfte es dann ungefähr sein. So... Noch einmal hier runter. Und wieder hoch. Und diesen Altar anklicken. Bam! So... Nun ist es weiter weit. Vielleicht kommt der... Äh... Fieseste Boss des Dungeons. Äh... Der Fisch quasi. Ähm... Und zwar... Stunter bei bestimmten Zeit. Und... Eigentlich müsste man hier... Wer hier ganz so anklicken. Komm hier Mops. Die müssen wir töten. Und dann die Quest verändern. Und dann noch zum Fisch. Aber... Es geht ja den Trick. Dass man hier drückt. Und dann direkt nochmal drückt. Und dann direkt nochmal drückt. Und dann kann man zum... Fisch und die... Quest einfach... Aus... Auslassen. So... Wird wieder debuffed. What a pain already. Und dann gibt ihm... Schön durchcasten. Wird alles passt. Ähm... Ich mach immer... Ab ner... Bestimmten Zeit mein... Mach... Weil... Danach... Äh... Greift einem meistens an. Mit seinen... Äh... Dingern. Mit seinem Stun. Und somit kann man denen ausweichen. Und down ist er. Und zu stun. So... Der erste Chor in diesem Dungeon. Ich bin begeistert. Auf jeden Fall geht's jetzt direkt... zum nächsten... Boss... Ja... Das geht wirklich so schnell. Und dann werde ich zum Schluss 15 halb Minuten gebraucht haben. Nicht schlecht. Das... Fast... Äh... Eine Bestleistung für mich. So ein bisschen besser stellen. So... Direkt in WM. Und... D-Waffen. Und einfach immer durchcasten, 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 durchcasten. Ich hab auch beim letzten Event hier Attack und End-Damage gefahren. Beim Lion Event... Beim Lion Event... Kann ich jetzt mal einsetzen. Schadet ja nicht. Im Chat wird wieder Schwachsinn geschrieben. Bei Personen, die bekannt sind, sowas zu machen. So... Weiter durchcasten, durchcasten. Kurz der Leck. Und... Sobald Morte Bane natürlich fertig ist, direkt rein springen. In die Geschichte. So... Da er jetzt eine Tech anhält um eine, hält er sich gleich kurz. Voila. Und... Ja, ich kann verlängern meine BM und ihn nieder-smaschen. Ringe tauschen brauche ich jetzt nicht durch die Aura. Mach auch so genug Damage. So, hier sind wir 16,5-Bitou durch. So ein typischer Drop. Pfand nix. So, 2 AP bekomme ich wieder. Springen wir noch kurz nach Totlops. Hoffentlich geht das. Und dann kann ich mich tanzen stellen, während ich das Video rendere. Also, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ansonsten Daumen runter. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Oder nächsten Projekt. Je nachdem, wo ihr reinschaut. Bis dann und ciao. Euer Double Art Shopping Style, also Yoko. Und dann geht das Video. Untertitelung des ZDF, 2020